Musik Jetzt wünsche ich ihm, dass das so bleibt, dass er sich hier unterstützt von zweiter Position. Hier noch mal, wo er hinter Rastbein aus Belgien, Raphael Gellerich auf Platz 3. Sie werden auch auf Rüste 5. Sie werden bei einem Sturm. Hier kommen Luka Leflau-Obersturm, der jetzt in die ganze Runde geht. Sie werden nur in der Hände wenig in die Runde gehen. Ja, frohe Sie hier! Hier ist, wer zieht mit Luca Lübler ins A-Finalein? Oh, der Schmerz da noch! Der Guilherme und Nico Andermann auf Platz 2! Hier richtig!